So und herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen HTML-Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Formular erstellt, was automatisch an eure E-Mail-Adresse gesendet wird. Ja, hier ist schon mal die Vorlage. Also da ist halt noch keine Grafik hinterlegt. Das könnt ihr aber dann selber machen. Ich habe in der Videobeschreibung eine ZIP-Datei hinterlegt. Die müsst ihr euch downloaden. Da sind nämlich zwei Dateien drauf, äh, drauf drin, wo dann halt hier einmal die Index ist. Das war halt das hier. Und da müsst ihr halt dann die Sachen verändern. Zum Beispiel halt Vorname. Und hier sind dann so Variablen. Wenn ihr die verändert, müsst ihr euch die aber merken, denn die werden in der Send-Vor-E-Mail-PAP noch recht wichtig. Halt hier halt die ganzen Sachen einstellen, wie ihr die haben wollt. Und dann geben wir in die PAP-Datei. Hier müsst ihr eure E-Mail-Adresse angeben. Hier könnt ihr dann halt den, ja, Betreff angeben, der E-Mail. Hier sind dann die ganzen Variablen drin in Sachen. Hier zum Beispiel halt Vorname, Nachname und so. Und der Variable. Hier ist noch so ein extra Text. Den habe ich hier jetzt so eingerichtet. Und ja, diesen Text hier unten, den sollte man auch verändern. Halt, das ist halt der, wenn die Datei abgesendet worden ist, die man dann sieht. So, das Ganze speichern wir. Und gehen mal kurz auf etmc.eu slash tut. So, dann kann ich jetzt mal kurz Vornamen, Nachnamen angeben. So, E-Mail-Adresse. Was gebe ich denn jetzt an? Da geben wir jetzt mal irgendwas an. Zum Beispiel, gebe ich jetzt mal einfach etmc.eu an. Irgendeinen Kommentar. So, und jetzt, wir werden die Nachricht nachher lesen. Jetzt gehen wir in meinen E-Mail-Eingang. Und aktualisieren. Der Nachteil ist, die E-Mail, die wir hier angeben, ist auch die Absende-E-Mail. Heißt, ich könnte mich einfach info-at-gomma-hd.net nennen. Und dann kriege ich halt die E-Mail von gomma-hd.net. Ja, das ist noch ein bisschen scheiße, aber das werde ich noch verändern. Dann wird es noch ein Update-Video geben. Ja, das war es soweit von diesem Video. Ich wollte nur noch aber kurz anmerken, dass hier der Plan ist, was ich wann mache. Und dann würde ich sagen, das fasziniert mir irgendwie jede Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim E-Mail-Eingang und ciao! E-Mail-Eingang E-Mail-Eingang E-Mail-Eingang